Heute soll es in meinem Video darum gehen, was ich alles so unternommen habe im Laufe der Zeit, um meine gesundheitlichen Gebrechen im Zaum zu halten. Und ich kann natürlich nicht über alles berichten, das wäre ein mehrere Stunden Projekt, aber ich will mal bei ein paar wichtigen und für mich entscheidenden Veränderungen beginnen. Da war einmal meine grundsätzlich immer mitschwingende Grundangsthaltung. Das heißt, ich habe in Themen, in denen man eigentlich gar keine Angst haben müsste, innerlich auch keine Angst verspürt, sondern habe mit der Motivation der Angst gehandelt und Entscheidungen getroffen. Das sind manchmal so ganz banale Entscheidungen gewesen. Und dann ging es darum, ob ich einen Weg so oder so fahre oder ob ich dieses oder jene Fahrzeug nehme. Das ist natürlich nicht lebensentscheidend. Jedoch habe ich festgestellt, als ich ein bestimmtes Mittel genommen habe, das ich mir mikromäßig verdünnt habe. Das kommt dazu, das ist ganz wichtig, die Information. Und zwar heißt das Mittel Iboga. Und das ist eine Wurzelrinde, die stammt aus Afrika und da werden ziemlich magische Kräfte zugeschrieben. Die magischen Kräfte, die lassen wir mal auf der Seite, denn es geht hier um den minimalsten Konsum. Das heißt, es geht um Nanodosing, nenne ich das sogar. Bislang gibt es im Internet nur den Hinweis auf Microdosing. Und Microdosing finde ich noch viel zu viel. Ich bin tatsächlich in dem Gebiet des Nanodosing gelandet. Und das heißt, wenn die von 10 Milligramm Dosis sprechen, was ja schon sehr, sehr wenig ist, dann bin ich nochmal unter dem 1 Milligramm Bereich und habe mir dieses Mittel oder diese Wurzelrinde, Wurzelrinde, das ist dann ein Pulver, das man sich einfach online bestellen kann. Und das man natürlich nicht einnehmen soll, sondern man soll das nur räuchern. Also nebenbei, ich spreche für mich und von daher ist alle meine Information, ist nur mein Erfahrungsbericht über mein enges Leben. Was du daraus machst, liegt in deiner Verantwortung. Du solltest immer verantwortungsvoll mit dem umgehen, was du für deinen Körper unternimmst. Also von daher sage ich mal, in diesem Nanodosing-Bereich von Iboga habe ich dann sehr, sehr krasse Erlebnisse gehabt. Und zwar deshalb krass, weil ich eben dieses Konstrukt von gefühlter Angst irgendwann schwinden sah. Das passierte nicht gleich, das dauerte schon ein paar Wochen, aber dann war es so und ab da ist es auch so. Das ist auch so, dass scheinbar die Angst dann nicht wieder zurückkehrt oder sich nicht wieder so heftig aufbaut. Und es geht einfach um so eine Grundschwingung von Angst, die eben bei mir immer mitgespielt hat und die sich wirklich nachhaltig verändert hat. Also das fand ich sehr, sehr spannend. Und ich weise nochmal darauf hin, es geht um eine Minimalsdosis, also wirklich deshalb sage ich Nanodosis-Bereich, weil alles andere, was über eine geringe Dosis hinausgeht, halte ich für sehr ungünstig und sehr gefährlich. Und ich würde es selber nie ausprobieren, würde dir auch nicht dazu raten. Und jetzt rate ich dir auch überhaupt nicht dazu, das Zeug überhaupt zu nehmen. Es ist einfach nur ein Erfahrungsbericht. Ja, wenn es um Erfahrungsberichte geht, dann habe ich noch ein Mittel ausgetestet, das mir schon immer mal empfohlen wurde und von dem ich aber immer Abstand genommen habe. Es ist ja so, in meinem Leben, in deinem vielleicht auch, dass es für alles seine Zeit gibt. Und die Zeit war einfach noch nicht gekommen. Nun bin ich neulich in Kontakt gekommen mit jemandem, der sehr, sehr stark von Parasiten befallen war. Und da ging es darum, was kann man antiparasitär überhaupt alles unternehmen. Und dann kam auch irgendwann wieder dieses CDL, also was ausgeschrieben Chlordioxidlösung heißt. Das kam dann wieder ins Spiel und dann hatte ich von jemandem mitbekommen, dass er anfing, CDL zu nehmen, der vorher eine relativ große Neigung zur Depression oder zu so depressiven Attacken hatte. Und ich habe einfach in seiner Art zu sein, also in der Wahrnehmung, die ich über ihn hatte, die Beobachtung, die ich gemacht habe, als ich ihn dann das nächste Mal getroffen habe, festgestellt, oder hat sich tatsächlich was verändert. So, und das hat mich letztendlich dazu bewogen, mich mal diesem Mittelchen zuzuwenden und eben den Konsum einfach selber mal auszuprobieren. Im Hintergrund habe ich ja immer jemanden, der nachgucken kann, wie was wirkt und ob die Dosis in Ordnung ist, angemessen ist. Das ist natürlich mein persönlicher Riesenvorteil, dass ich da wirklich mich rückversichern kann und einfach auch dann weiß, ob das, was ich mache, irgendwie einen heftigen Schaden bei mir anrichtet. Insofern kann ich dich hier zu nichts ermuntern, denn diese Sicherheitsstufe hast du für dich einfach nicht. Den kann ich auch nicht mit dir teilen, von daher ist das eine Sache, die bei mir persönlich ein riesengroßer Vorteil ist. Ja, und dann habe ich eben das CDL genommen und habe auch noch mir mit dem CDL quasi die Dosis gesteigert, am Anfang ganz, ganz wenig genommen, also irgendwie so drei Tropfen am Tag und dann irgendwie ein bisschen gesteigert und stelle fest, es fühlt sich gut an. Ich habe, und das muss ich direkt nochmal googeln, ob das auch allgemein so ist, ich habe bei mir jetzt als seltsamstes Symptom festgestellt, dass ich weniger Appetit auf meinen veganen Café au lait habe und dass ich weniger Appetit überhaupt habe. Also, dass ich, dass, man hat ja Hunger und ich stehe immer drauf, nur bei körperlichem Hunger zu essen und dann gibt es ja immer noch die Möglichkeit, dass man, wenn man schon am Essen ist, noch denkt, oh, ich möchte noch dies und jenes hinterher reinwerfen. Und das habe ich schon ziemlich gut im Griff gehabt. Und da habe ich jetzt das Gefühl, dass dieses CDL das also noch reduziert und es noch einfacher ist, eben sich nur bei Hunger zu ernähren und gar nicht mehr essen zu müssen, wenn man irgendwie was riecht oder sieht oder der Magen eh schon voll ist und es schmeckt gerade noch so gut, dass man dann noch weiter isst. Also, das finde ich sehr faszinierend. Auch so eine, das hat so ein Gefühl bei mir ausgelöst, als würde so ein Riegel davor gesetzt. Das habe ich schon mal übers Klopfen bei mir initiiert, aber das, was da im Moment stattfindet, ist irgendwie intensiver. Ja, von daher bin ich jetzt mit diesen beiden Stoffen erst mal mit meiner Botschaft für heute am Ende und möchte dir sagen, du darfst das nur probieren, wenn du auf eigene Verantwortung handeln kannst, wenn du die Verantwortung für dich und deine Gesundheit übernehmen kannst, so wie ich das für mich mache. Und von daher, ja, soll das einfach nur mal ein persönlicher Bericht sein, ein Erfahrungsbericht über das, was ich so festgestellt habe. Dem CDL wird sonst noch zugeschrieben, dass man wacher ist und sich besser konzentrieren kann und die Zellen besser durchblutet werden und natürlich auch irgendwann Wehwehchen, die man vorher hatte, sich verabschieden können. Das hat eventuell auch was damit zu tun, dass die parasitäre Lage sich verändert und dass weniger Parasiten die Möglichkeit haben, zu überleben. Ich unternehme gegen meine vermeintlichen Parasiten, also ich habe welche, aber die sind wohl relativ in normaler Anzahl vorhanden. Ich möchte sie trotzdem gerne reduzieren und dagegen unternehme ich noch weitere Dinge, nämlich einen Tee habe ich mir zurecht gemixt und den trinke ich sehr gerne mittlerweile. Und dann habe ich etwas entdeckt und das möchte ich dir, bevor ich dieses Video beende, auch noch kurz mitteilen. Das ist für mich die Entdeckung überhaupt. Ich habe nämlich Kürbiskerne als Kürbiskern-Mousse hergestellt. Die kann man allerdings auch kaufen. Also ich habe jetzt im Internet schon gesehen, man kann auch fertiges, reines Kürbiskern-Mousse kaufen. Das würde ich dir sogar empfehlen, weil die Herstellung ist eigentlich ziemlich zeitintensiv und wenn man nicht die entsprechenden Geräte hat und die Zeit hat, das herzustellen, dann scheitert man, glaube ich, ziemlich schnell. Also Kürbiskern-Mousse, esse ich mehrmals täglich und das hat einen durchschlagenden Effekt im wahrsten Sinne des Wortes und das habe ich dann im Endeffekt auch so nachgelesen und gefunden, dass aus dem Wirkstoff des Kürbiskerns ein Antiparasiten-Mittel tatsächlich auch hergestellt wird, was wohl sehr gut wirkt. Also da bin ich komplett begeistert. Das hätte ich niemals gedacht und ich bin davon überzeugt, ich kann es allerdings dir nicht faktisch darstellen, also ich habe dazu jetzt auch keine weitere Information, aber ich bin davon überzeugt, dass Kürbiskerne und Kürbiskerne, beziehungsweise nur das Kürbiskern-Mousse, also die Kürbiskerne alleine richten das auch noch nicht an, dass die diesen Effekt haben, weder wenn du Kürbiskerne so isst, noch wenn du Kürbisöl zu dir nimmst, hast du diesen Effekt. Also sehr, sehr spannend und das habe ich quasi so nebenbei entdeckt, naja und da bin ich halt immer noch auf der Reise in Richtung mehr Gesundheit und Wohlergehen und möchte dich einfach ermuntern, bleib wach, guck dir die Dinge an, die sich dir präsentieren und wenn ein Stoff das zweite, dritte Mal bei dir anklopft und dich vielleicht dein Interesse weckt, dann wende dich dem ruhig mal zu, das könnte wirklich was sein, was man nochmal ausprobieren kann. Also, das war es für heute, ich wünsche dir alles Liebe und wenn du diesen Kanal noch nicht abonniert hast, mach das gerne und hinterlass mir auch gerne einen Like, Daumen, wenn dir dieses Video gefallen hat.